Hallo zusammen, hier ist wieder der Rolf Siller mit Shattered Skies und ich bin jetzt im Begriff, nackt in einen Ort reinzulaufen, in dem offensichtlich was los ist. Dieser Turm, das Gebäude gefällt mir auch nicht, da habe ich auch schon meine Bekanntschaft mit gemacht. Ich werde hier nur weggeholt, von vornherein sage ich euch das. Ich werde trotzdem mein Glück probieren, denn das ist nun mal das Spiel. Ich werde aber das Video jetzt ein bisschen anders halten, ich werde nicht mehr so viel quatschen, ich werde gleich vielleicht einen Schnitt kommen, ich werde eine Musik drunter legen und werde ein bisschen die Bilder sprechen lassen. Und ihr könnt gerne mit Daumen zeigen, ob das in Ordnung ist für euch oder natürlich auch mit Kommentaren, ist das angenehmer, reicht euch das oder muss ich... Shit. Oder soll ich permanent quatschen? Ich glaube permanent ist nicht gut. Besonders, weil ich auch jetzt nichts unbedingt Neues zu sagen habe, sondern eigentlich ja eher auch mal Leute vor die Flinte kriegen möchte und das dann eher umgekehrt ist. Ja, von daher werde ich jetzt hier ein bisschen looten. Und wenn ich noch was erklären soll, sagt ihr mir das natürlich einfach, dann mache ich das. Das ist gut. Und ansonsten, wenn ich gleich das erste Mal sterbe, denn das wird passieren, bin ich vielleicht wieder da ohne mein dummes Geseire. Es wird mehr so eine PvP-Kill-Denoral-Zilla-Compilation werden. So, das ist gut. Die Kanone kann ich tatsächlich benutzen, denn ich finde andauernd Pistolen, die ich noch nicht benutzen kann wegen einem Level. Aber, G, nein, ich habe nur die Munition. Aber, wenn ich zu langsam bin, beißt mich gleich eins von den Viechern in den Arsch. Aber, ich will hier unbedingt, solange es geht, unentdeckt bleiben. Denn das ist eigentlich die Hauptsache. Wenn ich entdeckt werde, bin ich tot. Wenn ich andere entdecke, habe ich eine kleine Chance. Jetzt bin ich... Alles an Munition, nur nicht die, die ich brauche. Moment, hier. Aha. Ja. Das war jetzt laut. Also, Ziel ist es, oben rin ins Gebäude, möglichst hoch, und dann mal sehen. Also, wenn ich da was finde, kann man sich ja mal selber auf die Lauer legen. Und das würde ich dann natürlich auch schneiden. Na? So, da hinten kommt was drunter, oder? Ah, ist halt ein Scheiß. Ich bin total... Ich laufe wieder total offen, ich weiß es auch, aber... Was war das? Also, da ist gerade natürlich was hochgegangen. Kein gutes Zeichen. Wir kommen auch von hier hoch, genau. Ah, das ist... Wenn mich einer von oben abknallen will, dann macht er das einfach. Also, da mache ich gar nichts. Ja, also, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Etagen hochgehen. Und dann muss ich von außen, meine ich, höher. Wenn ich hier nichts direkt rumliegen sehe, gehe ich weiter. Das heißt für mich... Leer gelootet. Das heißt für mich... Könnte jemand sein. Scheiße. Das war dumm. Ich versuch's mal über die andere Seite. Ich hab gedacht, ich stehe noch nicht so dicht dran. Ja, also ich kann natürlich mit 14... Ah, okay. Das sind die, äh... HP sind die, die nicht so viel Aua machen. Aber immerhin. So, da hinten ist Material. Das hole ich mir auch nochmal. Oh, ich kann natürlich auch von da drüben weggeholt werden, ne? Ich seh das dann immer nicht, wo die sind. Aber hier, es könnte sein... Ach, das war das. Ich dachte, da schießt einer die hoch. Ne, da schießt keiner die hoch. Das ist das Signal von dem... von dem Shit. Das ist nicht euer Ernst. So, jetzt ist die Frage... Gehe ich... Versuche ich das da unten zu holen? Oder... Lege ich mich auf die Lauer? Da hinten ist, glaube ich, ne Waffe. Ja. Ja. Ne, Level 5. Scheißen, Rick. Gut. Gut. Jetzt habe ich ein bisschen Moom. Die Kiste, die ist in einer Stunde wieder zu öffnen, wird natürlich verteidigt. Jetzt ist länger nichts mehr hochgeflogen. Kann also sein, dass sich die jemand geholt hat. Die Ladung. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen warten. Super, jetzt habe ich es wenigstens gesehen. Ach, Leute. Komm, wir sind in Shattered Skies. Ich versuche es. Jetzt wird es ernst. Also hier ist auch niemand, glaube ich, weil die ganzen Teile stehen da noch. Äh. Was soll's? Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Rücken. Wenn nicht. Äh. Muss ich mal ganz kurz, äh. Kart machen. Geil. What? Ja, nimm doch. Das ist... Wie Weihnachten. Warum kriege ich die nicht rüber? Muss ich die in ein leeres Feld ziehen oder wird oder habe ich nicht mehr... Eier. Erstmal genug. Wenn ich den jetzt liegen lasse, nämlich mit dem Rest. Holt sich den auch vielleicht einer? Was ist dumm. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Schreib mir nicht an. Ich weiß, dass ich Scheiße baue. Hallo. Zieht's doch rüber. Ja. Wenn ich ihn nicht für mich schaue. Was ist es? Ja. Ja. Aus irgendeinem Grund macht es nicht. Ich kenne ihn nicht. Ist mir auch egal, ich verziehe mich jetzt hier wieder in eine höhere Etage, nimm den Käse, und dann warten wir mal, eventuell kommt jemand vorbei, mal kurz gucken, welcher größer ist, ja, der war gleich groß, droppen, so, so, ich gehe über die andere Seite hoch, wegen Fallen und so, die ja hier aufgebaut sind, ok, dann muss ich vielleicht gar nicht schneiden. Ne, die will ich nicht, die will ich, panzerbrechende Munition. Jetzt weiß ich nicht, ob die sich auflöst, oder ob da sich einer was rausgeholt hat. Könnt ihr mir auch gern drunter schreiben, wenn ihr es wisst. Ja. Ja. Eigentlich bin ich jetzt wieder so voll. Könnte ich eigentlich auch wieder ausloggen. Aber ich weiß, dass es hier noch höher geht, oder? So, alle Backpacks, das ist besser. Zack. Puh. Aufregend. Und... Aber ich mache es jetzt nicht zu lang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das jetzt hier geworden ist. Kann sein, dass ich noch was dahinter schneide und das wird wahrscheinlich auch öfter jetzt so kommen, weil beim PvP wartet man halt auch immer eine gewisse Zeit. Und das ist nicht immer so interessant. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr dabei geblieben seid. Und ja, schreibt mir mal drunter, wie sich das vielleicht mit den Kisten da verhält. Ob ich da was falsch gemacht habe, mal wie immer. Oder woran es lag. Und ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.